Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um die Lippen und die Behandlung vom Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie ist schon lange in Gange. Einmal hier kurz zensiert für diejenigen, die keine Spritzen sehen können. Ja, unserer Patientin ist es wichtig, dass es sehr natürlich ist und dass man nicht direkt sieht, dass sie ihre Lippen unterspritzt hat. Und jetzt können wir gleich mal zum Ende des Videos kommen und ein Ergebnis zeigen. Und ich denke, damit können wir uns zufrieden verabschieden. Bis zum nächsten Mal.